Herzlich Willkommen zu Das Erbe, dem exquisiten Samenbankspiel. Darin seid ihr alle meine potenziellen SamenspenderInnen. Lasst uns herausfinden, was ihr selbst geerbt habt und womöglich weitergeben könntet. Lasst uns herausfinden, was ihr habt. Lasst uns herausfinden, was ihr habt. Was würdet ihr von jemandem wissen wollen, von dem oder der ihr eine Samenspende bekommen würdet? Lasst uns herausfinden, was ihr habt. Untertitelung des ZDF, 2020